hallo und willkommen bei watch max's uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du wieder rein geklickt hast es ist soweit ich habe es schon mehrfach angekündigt ich habe es versprochen und musste es aus privaten gründen immer wieder ein kleines bisschen nach hinten schieben aber jetzt geht es los meine serie über die uhren aus glashütte startet jetzt wenn ihr aus dieser serie kein video in der zukunft verpassen möchtet dann könnt ihr unter dem video meinen kanal abonnieren wenn ihr es noch nicht getan habt aktiviert die glocke und ihr seid immer auf dem neuesten stand wenn ein neues video aus der glashütte serie kommt und ich kann euch versprechen die wird richtig interessant und es werden auch einige videos ich schätze mal dass ich an die grenze von zehn oder elf videos kommen werde über die gesamte serie über einen längeren zeitraum gestreckt ja glashütte was macht den mythos glashütte aus zum einen es gibt in glashütte extrem viele uhrenmarken die dort in einem kleinen örtchen zusammen uhren produzieren in glashütte selber arbeiten ungefähr 1700 menschen im uhrengewerbe also uhrenbau uhrenmarken zulieferer veredler und so weiter und so fort einwohner hat glashütte aber etwas weniger das zeigt welche unglaubliche bedeutung diese industrie nicht nur für den ort sondern für die gesamte region hat ich will mal einige marke nennen die in glashütte angesiedelt sind ich erhebe keinen anspruch auf vollständigkeit aber es zeigt einmal wie unglaublich viele es gibt und wie bedeutend diese region für die uhrenindustrie ist keine besondere reihenfolge außer bei a lange und söhne die meiner meinung nach wohl bekannteste uhrenmarke aus glashütte dann haben wir nomos wir haben glashütte original wir haben bruno söhne wir haben die grün and suns wir haben kronsegler tuttima wempe union glashütte mühlenlautische instrumente und moritz grassmann um nur einige zu nennen ich bin sicher ich habe noch ein zwei oder drei andere vergessen extrem viele marken in einem kleinen ort seit wann gibt es die denn dort begonnen hat der mythos glashütte um 1845 als adolf lange dort a lange und söhne gegründet hat beziehungsweise den grundstein für diese marke gelegt hat und die uhrenindustrie revolutioniert hat indem er vom manufakturellen handwerklichen arbeiten hin zu einer arbeitsteiligen arbeit gegangen ist wo einzelne arbeitsstücke von spezialisten gemacht wurden dann die uhr beziehungsweise das teilprodukt an die nächste arbeitsposition weitergegeben wurde ähnlich wie das henry ford mit der fließband arbeit gemacht hat ähnliches prinzip hat adolf lange in der uhrenindustrie eingeführt und damit den grundstein für glashütte gelegt glashütte wollte sich immer ein kleines bisschen abgrenzen gegen die anderen regionen eine gewisse besonderheit herausstellen so kam es dass es um 1992 die glashütter regel gab die aber nicht ganz hart definiert war es war eine art gentleman's agreement es war kein gesetz keine verordnung es war nicht greifbar so kam es auch dass einzelne uhrenmarken untereinander sich wegen der glashütter regel verklagt haben dahingehend darf ich mich glashütter uhrenmarke nennen darf ich made in glashütte draufschreiben darf ich das label glashütte verwenden das war ein ganz harter kampf da sind viele unschöne sachen gelaufen einige marken mussten in der konsequenz dieser rechtsstreite auch konkurs anmelden also das ist nicht alles eitel sonnenschein gewesen was da passiert ist sondern das label glashütte ist sehr hart verteidigt worden das ist die eine sichtweise die andere könnte sein dass unter dem deckmantel glashütte ein gewisser verdrängungskampf stattgefunden hat also so schön und harmonisch das von außen vielleicht scheiden mag ein kleines dörfchen in sachsen baut mit die besten uhren der welt ganz so harmonisch ist es nicht das ist ein hartes geschäft und da wird auch mit harten bandagen gekämpft das zeigt sich auch an der entwicklung die vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie die glashütter regel von 1992 beziehungsweise die glashütter verordnung von 2022 im jahre 2012 ziemlich genau in der mitte eigentlich ganz in der mitte hat sich eine fördergesellschaft glashütte gegründet vornehmlich um das label glashütte zu schützen wenn man aber weiß dass die fördergesellschaft glashütte mittelbar zum swatch konzern gehören soll ich muss das ganz vorsichtig ausdrücken weil ich das nicht mit harten fakten belegen kann aber an unterschiedlichen stellen gelesen habe dann stellt sich natürlich die frage welches interesse hat der swatch konzern daran das label glashütte zu schützen jetzt hat der swatch konzern in seinem konzern die marken glashütte original und union glashütte insofern hat der swatch konzern tatsächlich ein gewisses interesse daran das label glashütte zu schützen aber ich bin mir nicht ganz sicher ob er ein interesse daran hat das für alle marken zu tun oder aber ob da vielleicht auch ein konzern eigenes interesse dahinter stand die eigenen marken etwas besser zu schützen abzugrenzen mutmassung vermuten keine harten fakten trotzdem halte ich das für ziemlich interessant um dem ganzen dann ein kleines bisschen festeren rahmen zu geben konnte im jahr 2022 die glashütte verordnung eingeführt werden genauer genommen am 11 februar 2022 und auch das nur weil lange und söhne gegen die fördergesellschaft glashütte und die vereinnahmung der rechte der marke glashütte geklagt hat und offensichtlich gewonnen hat so dass jetzt glashütte keine marke mehr ist die ausschließlich von der fördergesellschaft verwendet werden darf und in der folge war es dann möglich durch steten druck der uhrenindustrie dieses jahr also 2022 die glashütter verordnung tatsächlich ins leben zu rufen und den begriff glashütte oder made in glashütte oder glashütteruhr etwas stärker abzusichern zum einen was schließt denn glashütte im sinne der glashütter verordnung ein räumlich gesehen natürlich den ort glashütte gar keine frage aber sie schließt auch die ortsteile bärenstein und lauenstein von altenberg mit ein und zwar für die zulieferung und das veredeln von werken nicht als sitz einer uhrenmarke oder zum bau von uhren aber für schritte in der zulieferung beziehungsweise zum veredeln ebenso ist dresden über die glashütte verordnung abgedeckt für ganz bestimmte in der verordnung klar definierte veredelungs schritte des uhrwerks also wenn ich eine uhr mit dem label glashütte kaufe sitzt die marke in glashütte aber das werk kann in ortsteilen von altenberg oder dresden veredelt worden sein und auch die zulieferindustrie könnte aus den beiden genannten ortsteilen von altenberg kommen es ist nicht alles ausschließlich 100 prozent glashütte sondern das ist etwas weiter gefasst das ist der räumliche aspekt was sagt die glashütte verordnung weiter aus sie sagt dass die wesentlichen das muss ich jetzt ganz kurz ablesen herstellungsstufen in summe mehr als 50 prozent der wertschöpfungskette ausmachen müssen von dem teil der in glashütte gemacht wird ja das klingt ganz ähnlich wie made in germany wesentlich für den kunden wesentliche merkmale aber die glashütte verordnung und das finde ich wirklich gut definiert das etwas genauer und lässt es nicht so vage ist bei der glashütte verordnung auch etwas einfacher als bei made in germany weil es sich hier explizit um uhren dreht und nicht um jede hergestellte ware also unter den wesentlichen verarbeitungsschritten fast die glashütte ordnung zusammen montage und in gang setzen des werkes ich verstehe das so dass dort keine fertigen uhrwerke angeliefert werden sondern dass die werke dort montiert werden und in gang gesetzt werden also keine fertig regulierten und zusammengebauten werke nur eingeschrallt das ist mein verständnis dieses punktes zweitens muss zwangsweise in glashütte erfolgen die reglage die montage des ziffernblattes das setzen der zeiger sowie das einschalen des werkes das sind die wesentlichen arbeitsschritte darüber hinaus ist in die 50 prozent wertschöpfung die in glashütte erfolgen müssen auch noch eingefasst auch noch berücksichtigt das fertigen oder veredeln des werkes auch das kann zu der 50 prozent wertschöpfung beitragen die kontrolle die endkontrolle die chronometer zertifizierung sowie die endkontrolle also wenn glashütte drauf steht dann hat man schon relativ viel was auch tatsächlich in glashütte passiert ist und ich habe gerade den punkt chronometer zertifizierung angesprochen wie die meisten von euch wissen werden hat wempe mit der sternwarte in glashütte selber eine stelle die uhren chronometer zertifizieren können das heißt die uhren müssen noch nicht einmal zur cosc in die schweiz sondern sie können vor ort zertifiziert werden mit einem chronometer zertifikat so wie das wempe mit den eigenen uhren auch macht und auch manche andere das spart zum einen die uhren durch die gegend zu schicken und zum anderen erhöht es auch den anteil dessen was in glashütte selber an den uhren gemacht wird ja ich freue mich total drauf euch in den kommenden videos einzelne marken vorstellen zu können und glücklicherweise habe ich noch nicht von allen marken eine rückmeldung bekommen ob und inwieweit ich informationen von der webseite bilder texte hintergrund infos verwenden darf insbesondere bei bildern ist es mir sehr wichtig dass ich das darauf um euch auch die marken im bewegten bild zeigen zu können bei vielen habe ich das schon mit denen werde ich anfangen bei einigen steht das noch aus ich werde euch auf dem laufenden halten auf jeden fall geht es jetzt weiter über die marken dieses aus meiner sicht hoch interessanten gebietes der uhrmacher kunst hochinteressant auch deshalb weil es eben die richtig teuren high end marken gibt wie alange und söhne und dann gibt es wieder uhren für das mittlere bis untere preissegment wo man auch uhren im wirklich ganz unteren vierstelligen preisbereich bekommt und auch marken die uhren im dreistelligen preisbereich anbieten also durchaus auch für den etwas kleineren preisbeutel geldbeutel und das ganze trotzdem im rahmen der glashütte verordnung finde ich mega interessant und ich freue mich super darauf euch über die kommenden wochen hinweg einige der marken etwas mehr im detail vorstellen zu können was historie hintergrund und das portfolio betrifft bis dahin bleibt gesund erfreut euch an euren uhren und freut euch auf meine nächsten videos insbesondere auf die über glashütte bis dahin tschüss euer axel bis dahin bis dahin Vielen Dank.